so ladies and gentlemen mein erstes unboxing video fidget spinner bei spinnercraft okay hier schön zoll muss ich sogar ein bisschen zoll bezahlen naja egal los geht's alles klar da sind sie zack das kommt weg sechs stück erst einmal die in hand welches machen wir zuerst auf das rote so das rote spinner oh ja nice yes oh ja gummi gummicap oh ja schön smooth oh yes okay der wird getestet jetzt see you later demnächst matrix yes